Hallo und herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns weiter mit den Arterien der oberen Extremitäten und wir nehmen jetzt einmal die Arteria radialis etwas genauer unter die Lupe. Falls du die Videos zur Arteria axelaris und Arteria brachialis noch nicht kennst, schau sie dir ruhig vorher einmal an. Wir befinden uns diesmal in einer Küche und so viel kann ich dir schon vorab versprechen, in so einer speziellen Küche warst du sicherlich noch nie. Wie auch in den anderen Videos über Arterien wird uns auch dieses Mal ein großer roter Kasten rund ums Video auf unserer Route begleiten. Falls du dir zwischendurch einmal unsicher sein solltest, kannst du dich an dem Rahmen orientieren und weißt vor allem immer, dass es sich hier um Arterien handelt, da die ja auch meistens in rot dargestellt werden. So, aber jetzt lass uns doch erstmal starten. Oh, wow, wie cool. Schon beeindruckend. Siehst du diesen Einradfahrer da vorne? Es sieht fast so aus, als ob er für ein Kunststück trainieren würde. Hm, irgendwie ist er aber ganz schön wackelig unterwegs und, oh nein, ach, der soll bloß aufpassen, aber, oh Mann, ich hab es befürchtet. Die Arbeitsfläche war anscheinend so rutschig, dass der arme Einradfahrer voll in die Eier dort vorne geflogen ist. Ja, der Arme. Jetzt ist er voll klebrig und, naja, das ganze Eiweiß läuft an ihm herab. So hat er sich das sicher nicht vorgestellt. Ich frag mich nur, warum es hier so rutschig ist. Ah, da haben wir ja den Übeltäter. Anscheinend hat jemand die Spülmittelflasche beschädigt und etwas davon ist auf der Arbeitsfläche ausgelaufen. Kein Wunder, dass es hier so glatt ist und der arme Einradfahrer in die Eier reingeflogen ist. Mit dieser kleinen Szene merken wir uns, dass es sich bei diesem Gedächtnispalast hier um die Arteria radialis handelt. Der Einradfahrer, der so unglücklich in die Eier geflogen ist, steht bei uns immer für radialis. Bevor wir uns jetzt aber genau mit den Abgängen der Arteria radialis beschäftigen, gibt es noch zwei IMPP-Fakten zum Verlauf, die wir uns kurz einmal anschauen sollten. Also gut aufgepasst! Der radialispuls ist an zwei Stellen gut tastbar. Einmal kann man ihn zwischen dem Musculus Flexor Carpi radialis und dem Musculus Brachioradialis tasten und dann einmal im Bereich der Tabatier. Diese dreieckige Einbuchtung wird von den Sehen des Musculus Extensor Politis Brevis und des Musculus Extensor Politis Longus gebildet. So, jetzt haben wir das schon einmal hinter uns und können uns nun voll und ganz auf die Abgänge der Arteria radialis konzentrieren. Psst, sei mal ganz leise. Nicht, dass wir die süße Rehkuh dort vorne verschrecken. Schau mal, die trinkt da ganz friedlich aus einer Pfütze direkt aus dem Waschbecken etwas Wasser. Wie cool ist das denn? Ich habe noch nie so eine Rehkuh in einer Küche gesehen. Das ist auf jeden Fall mal was Besonderes, oder? Huch! Jetzt habe ich mich ja so auf die Rehkuh konzentriert, dass ich den Einradfahrer dort vorne gar nicht bemerkt habe. Und zwar scheint er wohl gerade für eine Show zu üben. Guck mal, der versucht auf dem Wasserhahn ein Salto zu machen. Oh je, das sieht aber ganz schön kompliziert aus. Also, der soll bloß aufpassen, dass... Ach nein! Jetzt ist er doch tatsächlich abgerutscht und knallt voll gegen die Rehkuh. Sieh nur, durch den Aufprall mit dem Einradfahrer rutscht die Rehkuh zum Abfluss und wird von diesem abgesogen. Die arme Rehkuh. Hier merken wir uns den ersten Abgang der Arteria radialis. Die Rehkuh, die leider vom Abfluss weggesogen wird, steht bei uns für Rehkurrenz. Und der Einradfahrer, wie auch schon eben, für Radialis. Insgesamt haben wir hier also die Arteria Rehkuhrenz radialis. Also jetzt guck dir das an. Das ist aber gar nicht mal so ungefährlich, hier einfach das Besteck frei herumliegen zu lassen. Man könnte schließlich aus Versehen mit dem Arm dran hängen bleiben und sich verletzen. Aber hier ist ja nicht nur Besteck drin, sondern... Was ist das denn? Ein Ast? Ob das jetzt so hygienisch ist, ich weiß nicht. Huch, Nanu! Auf dem Ast, da ist jetzt plötzlich eine Kapelle, die auf ihm balanciert. Und, oh weia, der Ast, der biegt sich ja ganz schön krumm. Wahrscheinlich, weil die Kapelle einfach zu schwer ist. Oh je, Mini! Jetzt ist die schöne Kapelle heruntergerutscht und voll gegen eine Palme geknallt, die hier daneben wächst. Oh, oh! Die Palme wackelt gefährlich und jetzt ist doch tatsächlich auch noch eine dicke Kokosnuss von der Palme mit voller Wucht auf die Kapelle gefallen. Dementsprechend ist die Kapelle jetzt leider komplett zerstört. Wie schade. Was merken wir uns mit dieser kleinen Geschichte? Der Ast, auf dem die Kapelle ursprünglich gebaut wurde, steht bei uns für Ramus. Auf Latein bedeutet nämlich Ramus nichts anderes als Ast. Mit der Kapelle merken wir uns Carpalis und die Palme steht für Palmares. Hier merken wir uns also den Ramus Carpalis Palmares. Hm, jetzt ist es irgendwie schon so spät und, Mann, mein Magen knurrt irgendwie. Hörst du das? Bekommst du gerade auch so viel Hunger wie ich? Zum Glück gibt es ja genau hier einen Herd. Aber siehst du das auch? Hier ist ja eine Zentimeter dicke Drecksschicht drauf. Boah, ist ja ekelhaft. Also, bevor ich mir hier etwas zu essen mache, muss die auf jeden Fall weggewischt werden. Ist ja total unhygienisch. Boah. Zum Glück liegt hier ein Ast. Vielleicht kann ich ja damit den Dreck abkratzen? Puh, also, das ist ganz schön anstrengend. Aber sieh, es funktioniert tatsächlich. Ein ganzes Stück ist schon freigekratzt. Hoppla. Hier wächst jetzt eine Palme heraus. Und die wird ja immer größer und größer. Meine Güte, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Anscheinend hat der ganze Dreck die Palme am Wachsen gehindert. Und jetzt, wo der Dreck weg ist, ja, da kann die Palme keimen. Und sieh nur, wie schnell sie wächst und wächst. Und boah, Wahnsinn. Das ist ja wirklich eine besondere Kokosnusspalme. Aber guck mal, da hängen ja gar keine Kokosnüsse an der Palme, sondern da hängt ein Superfisch dran. Vielleicht ist es ja der Dank der Palme, dass wir sie von dem Schmutz befreit haben. Naja, wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall großen Hunger und damit auch eine Riesenlust, mir diesen Superfisch zu braten. Perfekt. Ich muss ihn mir gar nicht von der Palme pflücken, die ist mir mittlerweile auch viel zu hoch, sondern der Superfisch hat so herumgezappelt, dass er ganz von alleine auf die Herdplatte gefallen ist. Praktisch, oder? Och nee, der Herd ist jetzt viel zu schnell und zu stark erhitzt worden, da die schützende Schmutzschicht ja weggekratzt ist. Uuuh, riechst du das? Der Superfisch verkohlt jetzt komplett. Uuuh, wie das stinkt. Uuuh. Also da vergeht mir doch direkt der Appetit wieder. Lass uns doch lieber weiterziehen. Also ich glaube, das wird hier nichts mehr. Mit dieser kleinen Szene merken wir uns den dritten Abgang der Arteria radialis. Und zwar steht der Ast wieder für Ramus. Wir erinnern uns noch von eben, dass Ramus auf Latein Ast bedeutet. Die Palme symbolisiert Palmares. Und mit dem Superfisch merken wir uns Superfizialis. Insgesamt merken wir uns hier am Herd, also den Ramus Palmares Superfizialis. Pfff, also hier riecht es jetzt immer noch verbrannt. Uuuh. Och nee, es ist diesmal aber nicht der Herd. Sieh nur, der Toaster, der qualmt ja ganz schön heftig. Was ist denn da jetzt wieder los? Also da ist definitiv aber kein Toast drin. Es sieht eher so aus wie ein Ast. Lass uns den mal lieber schnell herausziehen, bevor noch ein größerer Schaden entsteht. Mh, nech, nech. Also das ist ja wirklich mega schwer, diesen Ast da rauszubekommen. Das blöde Ding, das will einfach nicht raus. Wie kommt das denn? Ah, da hängt jetzt wieder eine Kapelle an dem Ast dran. Und, oh weia, die brennt. Kein Wunder, dass es hier so verbrannt riecht. Achtung, duck dich. Hui, das war aber ganz schön knapp. Hast du auch gesehen, wie eine Dose direkt aus dem Wasserkocher mit kochendem Wasser geschossen kam und das Wasser in der Dose dann das Feuer an der Kapelle gelöscht hat? Was ein Glück. Wer weiß, was sonst noch passiert wäre. Diese kleine Geschichte hilft uns beim Einprägen des nächsten Abgangs, der Arteria radialis. Der Ast steht ja bekanntlich für Ramos, da dies die deutsche Übersetzung ist. Und wie wir es mittlerweile schon kennen, steht die Kapelle für Carpalis. Mit der Dose merken wir uns Dorsalis. Zusammen haben wir hier also den Ramos, Carpalis, Dorsalis. Ohlala, wer steht denn da hinter der Glasscheibe von dem Oberschrank? Sieh nur, es ist der Prinz. Aber wieso versteckt er sich da und vor allem vor wem? Ist unser Prinz vielleicht auf der Flucht? Auf jeden Fall scheint er sich vor einer Polizistin zu verstecken, die ihn überall sucht. Dem Prinzen wurde es wohl im Schloss zu langweilig. Und er hat dementsprechend beschlossen, auf eine Abenteuerreise zu gehen. Was seine Eltern wohl nicht so toll finden. Jedenfalls lassen sie ihren Prinzen von der Polizistin suchen. Damit sollte der Prinz zumindest etwas Abenteuer haben. Aber lange konnte sich der Prinz ja nicht verstecken. Sieh mal, die Polizistin hat ihn gefunden und führt ihn jetzt schnurstracks einfach ab. Na. Ui, oh, halt dir mal lieber die Ohren zu. Der Prinz, der zetert ja so laut, dass sicherlich seine Eltern im Schloss ihn schon von hier aus hören können. Ach, du Weier. Mit dem Prinzen merken wir uns Prinzeps. Und mit der Polizistin Polizis. An dem Schrank haben wir also die Arteria Prinzeps Polizis. Huch, was macht denn jetzt der Einradfahrer schon wieder hier? Der fährt die ganze Zeit am Ofen entlang und schaut ziemlich konzentriert. Sieh mal, der hält eine Lupe in der Hand und sucht nach Fingerabdrücken. Unser konzentriert arbeitender Einradfahrer ist nämlich ein verdeckter Ermittler und er sucht nach Indizien für einen aktuellen Mordfall. Da läuft mir doch glatt ein kalter Schauer über den Rücken. Riechst du das auch? Irgendwie schon wieder so verbrannt. Ach nee, der Einradfahrer hat bei der Suche nach den Indizien aus Versehen die Herdknöpfe verdreht, sodass der jetzt wieder an ist. Das ist bestimmt gar nicht gut für die Indizien, die ja noch im Ofen drin sind. Pass auf, duck dich! Na super, jetzt sind mit Sicherheit alle Indizien zerstört. Hoffen wir mal, dass der Einradfahrer noch genügend andere Indizien findet, um den Täter zu fassen zu kriegen. Mit dieser kleinen Krimi-Geschichte merken wir uns jetzt den sechsten Abgang der Arteria Radialis. Der Einradfahrer steht auch hier wieder für Radialis und die Lupe mit dem Fingerabdruck, der ja ein Indiz ist, steht für Indizis. Insgesamt haben wir also die Arteria Radialis Indizis. Puh, nach diesem Schock von gerade könnte ich jetzt wirklich was zu essen vertragen. Du nicht auch? Wie praktisch, dass hier direkt ein Kühlschrank steht. Hm, mal sehen, was wir da so drin finden im Kühlschrank. Oh Mann, hast du schon mal so eine große Nut, also eine Nuss gesehen? Die ist ja riesengroß. Oh, oh, die ist so groß, dass sie ganz schön anfängt zu wackeln. Gehen wir mal lieber wieder ein paar Schritte zurück. Huch, wer kommt denn jetzt da aus der Naht auf einmal heraus? Der Einradfahrer. Der Arme. Er hatte sich anscheinend in der Naht versteckt und konnte dann nicht mehr heraus, weil die Kälte des Kühlschranks dafür gesorgt hat, dass die Naht nicht mehr richtig aufgeht. Jetzt habe ich aber richtig Mitleid mit dem Einradfahrer. Der sieht total verfroren aus. Puh. Ich glaube, er hat sogar Frostbeulen im Gesicht. Komm, wir lassen ihn mal schnell aus dem Kühlschrank heraus. Und wofür stand diese kleine Geschichte jetzt wieder? Die Naht, was Englisch ist und übersetzt Nuss bedeutet, wie du wahrscheinlich weißt, steht bei uns für Nutritia. Und mit dem Einradfahrer merken wir uns hier Radii. Also merken wir uns insgesamt die Arteria Nutritia Radii an dieser Station. Nanu, wurdest du auch gerade geblendet? Ich kann gar nichts mehr sehen. Oh je, ist überall ganz hell. Wie seltsam. Das kam ja hier aus dem Regal neben dem Kühlschrank. Lass uns doch gleich mal genauer hinschauen. Vielleicht ist das ja irgendwas Funkelndes, vielleicht was Kostbares. Oh, sieh nur, hier versteckt sich irgendetwas Metallenes. Aber es befindet sich noch halb im Regalboden versteckt. Mal schauen, ob wir das da irgendwie herausbekommen. Oh weia, was haben wir denn hier? Wow, was ein Glück, dass wir von keinem dieser Metallschwerter aufgespießt wurden. Die sind ja immerhin gigantisch. Das ist ja super gefährlich. Oh nein, wir hatten vielleicht Glück, aber eine Kapelle wurde von den Metallschwertern aufgespießt. Hm, die Metallschwerter und die Kapelle scheinen aber gemeinsam ganz schön schwer zu sein. Sieh mal, das Regal, das biegt sich jetzt. Oh je, das biegt sich schon. Und es ist kurz davor, in sich zusammenzukrachen. Ich seh's schon kommen, oh je. Können wir das Regal vielleicht irgendwie stabilisieren? Schnell, hast du eine Idee? Oh, ich glaube, das Regal hilft sich selbst. Auf einmal wachsen hier Palmen aus dem Regalboden und stabilisieren die Metallschwerter und die Kapelle gleich dazu. Also das nenne ich Rettung in letzter Sekunde. Wobei, naja, also die Kapelle ist ja immer noch relativ arm dran. So, und jetzt sind wir beim letzten Abgang der Arteria Radialis angekommen. Die Metallschwerter stehen bei uns für Meter. Und die Kapelle, wie auch schon bei den Zehen davor, für Carpalis. Hier spießen ja die Metallschwerter die Kapelle auf und bilden somit quasi eine gemeinsame Einheit. Das soll dich daran erinnern, dass wir hier Metakarpalis haben, was ja auch eine Einheit, also ein Wort ist. Außerdem haben wir auch mehrere Metallschwerter hier, was bedeutet, dass wir mehrere Arterien haben. Die Palmen, auch hier sind es deswegen mehrere, stehen hier wieder mal für Palmaris. Zusammen haben wir also die Arterie Metakarpalis Palmaris an dieser Station. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft und kennst den Gedächtnispalast zur Arteria Radialis. Bis zum nächsten Mal.